Hier präsentieren wir die 5 besten Gürtelzangentests. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. U-Etz-Nirngürtellochzange Heavy Duty Revolverlochzange Die Spezial-Schlagsange vermutete einen Doppelstangenarm, um übermäßige Kraft in den Händen während des gesamten Gebrauchs zu sparen. Es ist auch sehr einfach, sie zu greifen, wenn Sie sie zu verwenden und auch, um sie miteinander zu kneifen, wenn langweilig, auch wenn Sie mit verletzenden Arm oder Beine kämpfen. Nummer 4. S- und Erlochzange Präzision Mit Hilfe der Ölhärtung und dem Nicken des einzigartigen Gerätestahls wird eine außergewöhnlich leistungsstarke Mischung für ein sehr einfaches und auch präzises Stanzen entwickelt. Die Stanzzange ist gut geeignet für Industrie und Handwerk, zusammen mit für Do-It-Yourself. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Tech-Po Revolverlochzange Lochzange Lederzange Würtelzange Solide Top-Qualität und auch gründliche Kundenbetreuung. Ein Top-Preis-Leistungsverhältnis und auch schnelle Lieferung. Willkommen bei PODEC. Wir stellen Ihnen zwei wichtige Artikelstandorte zur Verfügung. Fahrzeugteile und auch Werkzeuge. Sie können auch Geräte wie Batterien, Öle und auch Pflege bei uns erhalten. Sie können einfach die benötigten Teile bestellen, zusammen mit den Werkzeugen für Reparatur und Wartung, in einer Aktion. Nummer 2. Die Jeefe Gürtel-Loch Heavy Duty Revolverlochzange Die Stanzzange hat 6 unterschiedlich große Öffnungen 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm sowie 4,5 mm. Wir werden häufig zum Stanzen von abgerundeten Öffnungen in Leder, Kunststoff, Leinwand, Material, Sätteln und vergleichbare Materialien verwendet. Besonders wertvoll als natürlicher Lederpunsch. Und die Nummer 1 unserer Liste. BGS 561 Revolverlochzange mit Hebelübersetzung Initial BGS 561 Experten Revolverstanzzange mit Einsatz Die Marke BGS Technik hat tatsächlich eine herausragende hohe Qualität und auch eine Vielzahl von genialen Neuheiten repräsentiert, wenn man bedenkt, dass sie erstmals 1970 in Deutschland und auch in über 60 Ländern weltweit hergestellt wurde und auch bei den Kunden einen hervorragenden Online-Ruf genießt. In unserer Vielfalt finden Sie hochwertige und belastbare Hand, Druckluft sowie Elektrowerkzeuge für den täglichen Werkstatt- und Industrieeinsatz. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.